Wer ist der Mann im Mond? Ein kleiner Rundgang über unseren Begleiter, insbesondere zu den Erscheinungen, die wir dort sehen, zu den Mondmaria, den Mondmeeren von Dr. Hans-Jürgen Alexei. Hallo, liebe Freunde und Interessierte. Ich lade euch heute ein zu einem kleinen Besuch auf unserem Mond. Mit Interessierte meine ich alle, die Freude an allgemeinem Wissen haben und neugierig sind auf neue oder zusätzliche Informationen. Solche Neugier und Freude sind vom Alter nicht abhängig. Nebenbei trainieren wir ein bisschen unsere kleinen grauen Zellen. Dieser kleine Vortrag möge heißen, wer ist der Mann im Mond? Ich will zeigen, was wir auf unserem Mond Luna sehen oder was wir hineindeuten. Danach soll beantwortet werden, was das in Wirklichkeit ist. In einem mittleren Abschnitt werden wir versuchen, uns auf dem Mond mit seinen unklaren dunklen Flecken besser zurechtzufinden. Anschließend folgen noch einige Bilder zur Raumfahrt zum Mond, die uns ja tatsächlich erst einen und dann weitere elf Männer im Mond beschert hat. Zuletzt will ich noch einige Basisinformationen zum Erdmond geben. Ich wünsche uns allen viel Freude daran und Nutzen davon. Ihr oder euer Dr. Hans-Jürgen Alexei Hier eine kurze Gliederung, was wir auf dem Mond sehen und was wir sehen wollen, was wir hineindeuten, was das in Wirklichkeit ist. Dann Hinweise, wie wir uns bei dem Mond Maria besser zurechtfinden. Dann noch einen Anhang zur Raumfahrt zum Mond und allgemeine Bemerkungen zum Mond. Das Mondgesicht Was wir im Mond sehen oder auch sehen wollen Wir Deutsche und Europäer sehen im Vollmond oder bei Halbmond im Profil einen Mann im Mond mit zwei Augen und einer dicken Nase. Andere Kulturen sehen ganz unterschiedliche Figuren im Mond. In Japan und in Ostasien sieht man einen Hasen. Im indianischen Amerika wird ganz ähnlich ein Kaninchen hineingedeutet. In Gambia in Westafrika meint man ein Krokodil im Mond zu sehen, hier auf einer Landesmünze abgebildet. Die nordische Mythologie sieht zwei Kinder, Bill und Hiuki, die beim Wasserholen am Brunnen von dem Mondriesen Mani zum Mond entführt werden. Eine christliche Umdeutung der Geschichte besteht darin, dass man einen Mann mit einem Reisigbündel auf dem Rücken sieht, der am Sonntag Holz geschnitten hatte und zur Strafe in den Mond versetzt wurde. Auch sonst kann unsere Fantasie und unser Wunschdenken uns manchen Streich spielen. Dieses Mondgesicht in der Nähe des Südpolis hat sich als eine zufällige Konstellation im Sand des Mondes entpuppt. Was ist das jetzt in Wirklichkeit? Was sind das für helle und dunkle Flecken? Die Mondoberfläche besteht aus hellen und dunklen Flecken, die in unserer Fantasie Figuren bilden. Die hellen Stellen sind die älteren Terrä, die Hochebenen, mit Tälern, Wallis und Bergen bis immerhin 10 Kilometer Höhe. Die dunklen Stellen sind die Maria, die Meere, die flachen Tiefebenen, die jünger sind. Sie sind entstanden, als der junge Mond mit seiner noch dünnen Kruste von Meteoriten getroffen wurde und aus den Einschlägen Magma und Lava nach oben drangen und die weiten Becken mit Basalt füllte. Die Maria bedecken etwa 30% der Mondvorderseite, die uns zugewandt ist, und nur 3% der Mondrückseite. Die Rückseite stellt sich überhaupt sehr anders dar. Wir kennen sie erst seit der russischen Sonde Lunik 3 aus dem Jahr 1959. Die Rückseite des Mondes hat viel weniger Impact-Krater als die Vorderseite. Auf der Rückseite ist die Mondkruste mit 150 Kilometern Dicke auch viel stärker als mit etwa 60 Kilometer auf der uns zugewandten Seite. Die Ursache ist noch unklar und wird diskutiert. Zur Geschichte Giovanni Riccioli, ein italienischer Astronom und Jesuitenpater, Gelebt von 1598 bis 1671, deutete etwa um 1650 die hellen Stellen des Mondes richtig als Gebirge und die dunklen Flächen falsch als wassergefüllte Meere. Daher der Name. Die allererste Mondkarte von Thomas Harriot von 1609 Man muss bedenken, was für erbärmliche Fernrohr- und Linsensysteme diesen frühen Astronomen zur Verfügung standen. 40 Jahre später, bei Johann Hevel aus Danzig, sieht es schon etwas besser aus. Schulkarten im 19. Jahrhundert vermitteln für die allgemeine Bildung in Schulen bereits ein Bild, das weitgehend unserem entspricht. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Abschnitt. Wie finde ich mich auf dem Mond besser zurecht? Diese Folie ist ja schön. Sie ist hilfreich, sie ist lehrreich, aber mit den Beschriftungen, so sieht nicht die Wirklichkeit aus. So sieht eher die Wirklichkeit aus. Und auch das nur unter günstigen Bedingungen. Oft sind Wolken davor oder Dunst und man kann den Mond schlecht beurteilen. Bei klarem Vollmond, so wie hier auf der Folie, kann man eben erkennen, unklare, unscharfe, unregelmäßige, schwarze Flecken und helle Flächen dazwischen. Wie soll man sich jetzt orientieren? Ich empfehle, wie im wirklichen Leben, im eigenen Leben oder im familiären Leben oder im gesellschaftlichen und politischen Leben, sich einen sicheren Ausgangspunkt zu suchen, einen Ankerplatz, von dem man ausgehen kann. Das will ich versuchen, im Folgenden zu zeigen. Für mich hat sich bewährt, als Ausgangspunkt für die Beobachtungen, das kleine Meer der Gefahren, Marekrisium, rechts oben. Es ist eigentlich immer gut abgrenzbar, als isolierter kleiner schwarzer Fleck, rechts am äußeren Rand oben und liegt drei anderen großen Flecken gegenüber. Das Meer der Gefahren, das Marekrisium, als Ausgangspunkt. Von dem Marekrisium, dem Meer der Gefahren, im Nordosten am Rande, können wir weiter nach links unten gehen, zu dem mittleren der drei unscharfen mittelgroßen Flecken. Dieser mittlere Fleck ist das Meer der Ruhe, das Mare Tranquillitatis. Das ist das Meer, in dem die ersten Apollo-Astronauten gelandet sind. Vom Meer der Ruhe in der Mitte kommen wir nach oben, zum Meer der Heiterkeit, Mare Serenitatis. Ich habe aufgegeben, die Sinnhaftigkeit dieser Bezeichnungen der Mondmeere zu hinterfragen. Ein weiteres Bild vom Mare Serenitatis, fast so als würden wir uns mit Apollo direkt im Anflug auf das Meer der Heiterkeit befinden. Vom Meer der Ruhe in der Mitte schließt sich nach unten und rechts das sogenannte Meer der Fruchtbarkeit, Mare Fekunditatis, an. Auch da kann man fragen, was an einem Mondmeer fruchtbar sein soll. Die Begriffe, diese schönen blumigen Bezeichnungen, sind eben historisch vorgegeben. Ausgehend vom Meer der Fruchtbarkeit nach links und unten, also nach Südwesten, findet man das sehr kleine, sogenannte Honigmeer, das Mare Nektaris. Ganz oben, in einer Randlage am Nordpol des Mondes, findet man einen langgestreckten, unscharfen und auch unscheinbaren, dunklen Fleck. Dieser wird folgerichtig das Meer der Kälte, Mare Frigoris genannt. Links, also im Westen, finden wir einen besonders großen und unregelmäßigen, dunklen Fleck. Es handelt sich um das größte Meer. Es wird daher als sogenannter Ozean der Stürme, Oceanus Porcellarum, besonders hervorgehoben. Hier nur eine andere Darstellung des größten Meeres auf dem Mond des Oceanus, Porcellarum des Ozeans der Stürme, im Westen auf der uns zugewandten Mondvorderseite. Wir gehen weiter, vom Ozean der Stürme nach oben und rechts und kommen zu dem sogenannten Regenmeer, dem Mare Imbrium. Jetzt kommen kleine und unscheinbare Meere. Wenn man vom Ozean der Stürme nach unten und rechts ausgeht, kommt zunächst das kleine Meer der Feuchtigkeit, das Mare Humorum. Von diesem nach rechts ausgehend, kommt man zu dem kleinen Wolkenmeer, dem Mare Imbrium, etwas unscheinbar und unregelmäßig. Für Amateure kaum noch interessant, mehr für Spezialisten gibt es noch weitere kleine Meere. Zum Beispiel, wenn man vom Meer der Heiterkeit nach unten weiter geht, kommt man zu dem kleinen sogenannten Meer der dünnste Mare Vaporum. Ebenfalls unter ferner Liefen. Rechts vom Ozean der Stürme und von diesem kaum zu trennen, findet sich das kleine, sogenannte bekannte Meer, Mare Cognitum. Ganz am unteren Rand, am Südpol des Mondes, etwas nach Südosten, findet sich ein länglicher, undeutlicher, dunkler Fleck. Dieser wird genannt das südliche Meer, das Mare Australe. Dieses kleine südliche Meer ist nicht immer zu sehen. Wegen der Liberation, also wegen der Pendelbewegung des Mondes, verschwindet es manchmal. Mit einem guten Fernglas und natürlich mit einem kleinen Fernrohr kann man erkennen, die großen Krater auf der Vorderseite des Mondes, mit ihrem hellen Strahlenkranz. Diese Krater sind allesamt Impactkrater, Einschlagskrater und kein einziger ist ein Krater vulkanischen Ursprungs auf dem Mond. Zum Beispiel sehen wir hier im Süden den Krater Tycho, benannt nach dem schwedisch-dänischen Astronomen Tycho Brahe. Einer der großen Krater auf der Mondvorderfläche ist der Krater Tycho. Er erinnert an den dänischen Hofastronomen des deutschen Kaisers Tycho Brahe. Typisch für diese Folgen des furchtbaren Einschlages sind das helle, ausgeworfene Material und die zentrifugalen Linien nach dem Impact, nach dem Einschlag. Weitere große Krater finden sich im Westen, in der Nähe des Ozeans der Stürme. Das sind die Krater Kepler und Kopernikus, benannt zu Ehren der beiden großen deutschen Astronomen. Hier ein Bild des riesigen Kraters Kopernikus bei einem Überflug von Apollo 12. Das Bemerkenswerte an diesem wunderbaren Krater sind seine Tiefe von 3800 Metern des Kraterbodens zu der Höhe der Kraterwände und dass in der Mitte nicht einer, sondern mehrere Zentralberge aufgeworfen wurden. Als nächstes ein kurzes Kapitel über die Raumfahrt zum Mond. Am Anfang hatte das sowjetische Raumfahrtprogramm einen Vorsprung mit dem ersten Satelliten, dem Satelliten Sputnik, allerdings ein sehr einfacher Satellit, und mit dem ersten Menschen im Weltall, dem Kosmonauten Yuri Gagarin. Der erste Mondflug der Russen war sogar schon für 1967 geplant. Dann versagte die N1-Rakete mehrfach und die Russen fielen zurück. 1975 wurde das Programm für Mondflüge endgültig eingestellt. Auf der anderen Seite entwickelten die Amerikaner zunächst die Programme Mercury für einen einzelnen Astronauten und Gemini für zwei Astronauten. Und dann das Apollo-Programm mit der Saturn-1b-Trägerrakete und zuletzt mit der großen Saturn-5-Trägerrakete mit drei Astronauten und einer Mondlandefähre. Auf diesem Bild sehen wir den erfolgreichen Start der Mondrakete Saturn-5 mit den stärksten Motoren, die die Erde damals hatte. An der Spitze befindet sich das Raumschiff Apollo 11 mit drei Astronauten. Sie starten am 16. Juli 1969 von Cape Canaveral in Florida. Damit dies möglich wurde, musste vorher das Apollo-Programm durchgeführt werden. Es begann im Januar 1967 mit einem Fehlschlag. In der Kapsel von Apollo 1 verbrennen drei Astronauten am Boden. Die Ursache war ein Fehler in der elektrischen Schaltung und die reine Sauerstofffüllung der Kapsel. Im Dezember 1968 umrundet Apollo 8 zum ersten Mal den Mond. Im Mai 1969 nähert sich Apollo 10 dem Mond bis auf 14 Kilometer. Dann am 16. Juli 1969 der beschriebene Höhepunkt. Apollo 11 landet mit zwei Astronauten erfolgreich im Meer der Ruhe, dem Mare Tranquillitatis. Im April 1970 erleidet Apollo 13 eine Explosion. Die Mission wird abgebrochen und mit einem Swing-By-Manöver rund um den Mond gelingt eine glückliche Rückkehr. Im Dezember 1972 führt Apollo 17 einen Mondrover mit, also ein Fahrzeug, zur Erkundung der Mondoberfläche. Es ist die letzte Mondlandung und das Ende des Programmes. Insgesamt waren zwölf Astronauten auf dem Mond. Auf diesem Bild sehen wir die Landefähre von Apollo 11 im Meer der Ruhe. Mit ihren Spinnenbeinen und ihren Tellerfüßen hält sie sich auf dem Regolith, auf dem pulverförmigen Mondstaubboden. Das Unterteil bleibt auf dem Mond zurück und dient als Startrampe. Mit dem oberen Teil fliegen die beiden Astronauten wenig später wieder zurück und koppeln an das Raumschiff von Apollo 11 an, das von Collins derweil in Bahnen um den Mond geflogen wird. Im Vordergrund der Astronaut Aldrin, aufgenommen vom Kommandanten Armstrong. Wieder ein Bild von Buzz Aldrin, aufgenommen von Armstrong. In dem vergoldeten Visier des Helmes spiegeln sich Armstrong und die Raumfähre. Das Profil ihrer Schuhsohlen wird jetzt für Jahrmillionen auf dem Mondboden erhalten bleiben, da auf dem Mond keine Atmosphäre besteht. Hier ist eine Karte mit den Mondlandestellen. Rot markieren die Stellen, wo die sowjetischen Luna-Sonden gelandet sind und gelb die Stellen, wo die amerikanischen Surveyor-Sonden gelandet sind. Grün markiert die Landestellen der Apollo-Raumfähren. Man beachte rechts in der Mitte die grüne Stelle am Rande des Meeres der Ruhe. Dort ist Apollo 11 zum ersten Mal gelandet. Das ist das Mondauto, der Mondrover von Apollo 17, also von der letzten Mission. Das ist eine sehr teure Konstruktion mit speziell entwickelten Rädern und Fahrwerk, um überhaupt auf diesem pulverförmigen, staubtrockenen Regolit, dem Mondstaub, fahren zu können. Ein tolles Bild. Unsere Erde, von außen gesehen, vom Mond her gesehen, in der Schmerze des Weltalls, als blau-weiße, wunderbare Kugel, als Blue Marble, als blaue Marmorkugel beschrieben. Das Bild hatte große Bedeutung dann für die Umweltschutzbewegung. Dieses Bild zeigt im Vergleich unsere Erde und unseren kleinen und atmosphärelosen Begleiter, unseren Mond. Ich will es zum Anlass nehmen und ein paar Grunddaten zu unserem Mond in Erinnerung rufen. Der Erdmond Luna hat einen Durchmesser von etwa 3.500 Kilometern und besitzt 1,2% der Erdmasse. Er ist immerhin der fünftgrößte Mond im Sonnensystem. Er hat eine Rotationsdauer um die Erde von etwa 28 Tagen. Er läuft beinahe genau auf der Ekliptik mit 5% Bahnneigung. Die Ekliptik ist die Rotationsebene der Planeten um die Sonne herum. Diese Bahnneigung ist wichtig, denn dadurch sind Erde, Mond und Sonne selten auf einer gemeinsamen Ebene und die Sonnenfinsternisse, die nur bei Neumond auftreten können, und die Mondfinsternisse, die immer nur bei Vollmond auftreten können, sind selten. Der Mond geht im Osten auf wie die Sonne und im Westen unter. Er entfernt sich von uns jährlich um 4 cm. Seine Temperaturen betragen je nach Sonneneinstrahlung von plus 130 Grad bis minus 160 Grad, im Mittel minus 55 Grad Celsius. Durch die gebundene Rotation des Mondes mit der Erde, wodurch er uns immer die gleiche Seite zuwendet, durch diese gebundene Rotation stabilisiert er die Erdbahn und damit unser Leben. Seine gleichmäßige Rotation ist durch eine minimale Pendelbewegung, die sogenannte Liberation, überlagert. Hier eine Aufstellung der Nomenklatur der Strukturen des Mondes. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Terrain, den Ländern, den Gebirgen, den Hochländern, die alt sind, und den Maria, den Meeren, den Tiefebenen, die jüngeren Datum sind. Bei den Meeren sticht das größte heraus der Oceanus Porcellarum, der Ozean der Stürme. Von Bedeutung ist, dass alle Krater des Mondes Einschlagskrater sind, Impactkrater, durch Meteoriten, weil die Mondoberfläche nicht geschützt ist durch eine bremsende Atmosphäre. Früher bestand Vulkanismus, aber die aktuellen Krater sind alle nicht vulkanischen Ursprungs. Bei einer totalen Mondfinsternis ist der Mond nicht vollständig schwarz und dunkel, sondern durch eine Reststrahlung oder Streustrahlung kommt es zu einer dunkelbräunlich-rötlichen Färbung. Das wurde früher als sogenannter Blutmond bezeichnet und oft als Omen für schlechte kommende Ereignisse gedeutet. Noch ein Wort zur Entstehung des Mondes. Es gibt verschiedene Theorien. Die zur Zeit wahrscheinlichste ist folgende. Die junge, heiße und noch plastische Protoerde ist wahrscheinlich getroffen worden, nicht frontal, sonst wäre alles zerplatzt, sondern seitlich kollidiert mit einem etwa Marsgroßen Objekt, das man Thea nennt. Das ist aber ein hypothetisches Objekt. Das muss gewesen sein vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, also kurz nach der Entstehung des Sonnensystems. Der Kern von Thea wurde von der jungen Erde verschluckt, beide verschmolzen und es wurde leichtes Krustenmaterial herausgeschleudert und hat sich in einer Umlaufbahn von etwa 30.000 Kilometern Höhe innerhalb von 1000 Jahren, das ist geologisch sehr schnell, zu unserem Mond geformt. Durch den Zusammenstoß aufgeschmolzen war dann der junge Mond von glühendem Magma bedeckt. Beim Erkalten bildete sich eine dünne Kruste, die ohne eine schützende Atmosphäre immer wieder durch Meteoriteneinschläge durchbrochen wurde. Die Einschlagsbecken füllten sich dann als Maria mit Basaltlava. Das Bild zeigt unseren Mond als Halbmond mit der Tag-Nacht-Grenze. Das nennt man die Terminator-Linie, die Trennlinie. Die kann genutzt werden, um bestimmte Strukturen besser zu sehen, zum Beispiel Krater und Gebirge. Noch ein Wort zur Geschichte des Mondes. Das letzte sogenannte große Bombardement dauerte von der Zeit vor 3,8 Milliarden Jahren bis vor 3,3 Milliarden Jahren. Als Folge davon ist die Mondoberfläche regelrecht zermürbt, zerschlagen und von Rigolit bedeckt. Das ist eine feine, fast pulverige Trümmerschicht von Sand und Staub. Diese Schicht ist über den Maria, den Meeren, 2 bis 8 Metern dick und über den Terrey, den Hochländern, den Gebirgen, bis 15 Meter dick. Die Impactkrater wirken hell durch den Materialauswurf und enthalten geschmolzene Glaskügelchen. Die Kruste des Mondes enthält Kalium, seltene Erden und Phosphat. Die Zusammensetzung des Kernes ist unklar. Vermutlich besteht wie bei der Erde ein fester Eisen-Nickelkern und fraglich auch ein flüssiger Kern. Unser treuer Begleiter strahlt so schön hell und silbernglänzend. Das ist allerdings nur das Reflexionslicht durch die Sonnenbestrahlung. In Wirklichkeit ist unser glänzender Mond dunkelgrau. Zum Abschluss wünsche ich uns viel Freude beim Blick nach oben zu unserem stillen Begleiter und beim Wiedererkennen von Strukturen bei unserem Mond, der uns seit 4,5 Milliarden Jahren umkreist, ob nun ohne oder mit Mann im Mond. Dr. Hans-Jürgen Alexi Dr. Hans-Jürgen Alexi Dr. Hans-Jürgen Alexi